Kapitel 9 Lektion 5 Eine Schlagfertigkeitsqueen kann auch einstecken. Ich kann Frauen nur raten, nicht beim ersten Buh den Kopf einzuziehen. Brust raus, weitermachen. Stella McCartney Wer seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und nicht vorgibt, jemand anderes zu sein, der hat etwas sehr Wichtiges gewonnen. Authentizität. Wenn sie von Natur aus eine zurückhaltende und eher schüchternde Person sind, dann werden sie nach diesem Buch keine Forscher-Alleinunterhalterin sein. Das wäre schlimm, wenn das passieren würde, denn dann wären sie nicht mehr authentisch. Wenn sie sich aber nach dem Lesen genau für diese Zurückhaltung jetzt etwas mehr mögen und diese Eigenschaft noch mit Adjektiven wie gelassen, souverän, unaufdringlich und in sich selbst ruhend ergänzen, dann haben sie alles richtig gemacht. Ich glaube, kaum ein Wort hat ein solches Revival erlebt wie Authentizität. Vielleicht liegt es daran, dass wir im digitalen Zeitalter so selten Echtes erleben. Das fängt schon mit diversen Filtermöglichkeiten in unserer Foto-App an. Kaum einer veröffentlicht noch ein Bild von sich, das nicht vorher noch mal ganz kurz weich gezeichnet wurde. Und Selfie sei Dank kann man sich so lange vor der Kamera drehen, bis das Doppelkinn verschwunden ist. Bei Instagram gibt es mittlerweile Accounts, die damit werben, dass bei ihnen alles echt ist. Echt ist wichtig, alles ausstirbt. Helmut Schmidt war bis zu seinem letzten Atemzug echt. Die Tatsache, dass er ein unverbesserlicher Raucher war, hat seine Authentizität, und da kann man sich darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, keinen Abbruch getan. Zu viele Menschen, besonders die aus der Politik, von denen wir dachten, sie seien echt, haben sich als falsch und manchmal sogar korrupt herausgestellt. Der Wunsch nach Echtheit ist also größer denn je. Dadurch sind Ecken und Kanten nicht nur erwünscht, sondern sogar erforderlich. Sie können online ein tolles Bild von sich aufbauen, zeigen auf Facebook nur die schönsten Urlaubsbilder, Restaurantbesuche und Partypics. Mit Filter versteht sich. Aber wenn dieses Bild dem Reality-Check nicht standhalten kann, dann haben sie ein Problem. Es macht schon Sinn, dass man sie wiedererkennt und sie sich hinter nichts verstecken müssen. Stehen sie zu dem, was sie sind und was sie können und auch zu dem, was sie nicht können. Hier schließt sich der Kreis zum Thema Selbstliebe. Aber Achtung! Wer vorgibt, authentisch zu sein, der muss es auch anderen zugestehen. Das ist vielleicht der schwierigste Part an Authentizität. Der Spruch, jeder Jeck ist anders, bezieht sich ja nicht nur auf sie selbst. Menschen, die wirklich authentisch sind, können auch gut damit leben, dass es andere Meinungen als die eigene gibt. Sie können andere respektieren und tolerieren. Auf unser Thema Schlagfertigkeit umgedacht bedeutet das, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Und so lautet unsere Lektion 5, wer austeilen kann, ist gefährlich. Aber wer einstecken kann, ist unantastbar.